So, heute werden wir ein Torwart mit den neuen Grip-Motantschruppen überraschen. Let's go! Wer ist hier? Ja, hier ist die Polizei. Bitte einmal runterkommen. Bro, es geht nicht. Es geht nicht. Ja, bei dir. Oder hier, neue Torwart-Motantschruppe für dich. Danke. Ich hoffe, du hältst auch mal wieder vor Bälle wie mit denen. Ja, fix. Mit denen. Mit denen. Danke vielmals. Super. Guys, get the Grip.